Hey mein Freund, ich hab ja auch Videos gemerkt, wo ich von Marach-Erten oder Onkels-Erten und aber ja, von denen hab ich nicht ein Video gemerkt, von denen hab ich bloß ein Bild gemerkt und wo ich den Link besser sagen wollte ich wahrscheinlich nicht von denen die Maracher und was auch möge ich nicht ein Video, wenn der Marach wieder arbeitet und da hab ich bloß durch die Arbeit kurz Marach-Erten hab ich mir bloß bestellt vom Restaurant und ich wollte ihnen zeigen, dass heute wirklich schön geschmeckt und wer von denen das nicht kann, das wurde das das ist ein Plattio de Pechuga de Pollo und dort sind ein paar Fernebieter Backfleisch von Heunerfleisch, Sauerschein Backfleisch, Fernebiet, Echschottenströme, Schöbeln, Gräunz und dann noch ein Sauerschein gebäckter Schiele und Sauerschein heute Kornetiers ich werde auch ein wenig genug holen ich werde vielleicht ein wenig besser sein wo du alles so schön in den Plattio bannest hier ist eine schöne Kornetiers und ein paar scheine Bieter Backfleisch haben ich will das nicht nehmen, wir sind so zusammen am Planchen gebäck und dann noch eine Wiese dort half bloß geräß und schön geschmeckt und ja, da hat's wo witt für nie weil ich den Kleenpassi wurde von der Anwahrer für scheine Mehrer hat für meine Mähl Vielen Dank schön, hier war es Lothar bei der Anwahrer